Die machen dann davon ein Video und dann kann man es auf das Ding posten. Ja, ich weiß, aber das ist ja trotzdem klar. Wie süß ist da das, der hat direkt Ding geschaltet. Ja, soll sie. In die Ecke. Achso, in die Ecke. Soll sie. Ja. Ja, ich habe das so ein Video auch schon mal gesehen. Salam. Nein, das ist ja so süß. Jo. Aber langsam kriege ich ADHS vom Sitzen. Sag doch, ich habe noch mehr. Girls, you are amazing. Thank you so much. Danke fürs Liken. Warum kann ich nicht abstimmen? Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, wenn du die selber machst, kannst du nicht abstimmen. Ich habe gar keinen Bizeps. Doch, jeder Mensch hat einen Bizeps. Aber ich habe keinen krassen Bizeps. Ah. Danke fürs Folgen, Matrix. Ich schlafe gleich ein. Bodybuilder, Helen. Ist mir. Warum machen Menschen, Mädels, du naturdunkel, sind ihre Haare hell und danach wieder dunkle Mände? Ich glaube, man guckt sich satt, oder? Ja. So nach einer Zeit. Die Haare sind auch voll kaputt. Und von hell auf dunkel zu gehen, ist immer geil. Sieht so wow aus. Nee, halt wirklich. Wie mit die, die du arm hast. Ja, du hast gerade meine Haare gezogen. Ich habe mich hier gefreut, als du dich gefreut hast, weil ich reingekommen bin. Oh, das freut mich, dass du dich gefreut hast. Ja, Mann, die hat sich echt gefreut. Ich weiß nicht, warum. Ja, weil du vorhin mein Live so süß geleitet hast. Und so ein Pusher bist. Ein Supporter, nicht Pusher. Oh, Leute, es ist schon anstrengend, hier zu hocken. Ich liebe dunkle Haare, deswegen habe ich mich in den... Oh, danke. Ich mag dunkle Haare. Wie geht denn mein Herz oder deine Haare blond? Gar nicht. Leute, mir würde blond gar nicht stehen, weil meine Augenbrauen viel zu dunkel dafür sind. Dann färben wir die mit blond. Mir wollte sogar einmal einer beim Friseur die Augenbrauen färben. Dann hat Mama gesagt, nein. Nein. Mach Glatze vertraut. Hey. Alle liken. Ja, Glatze wird dir auch stehen. Ja, die macht eh nicht. Hey, warum kann die aus Bosnien türkisch? Da gibt es ja schon welche, die sprechen. Oh, bitte, keine Glatze. Ja, ich mache keine Glatze. Danke fürs Liken. Frankfurt. Der kann ein bisschen türkisch. Oder sie. Die. Musik. Ah ja, mach Musik auf deinem Handy an. Was wollt ihr hören? Hilden 18 kommt aus Iran. Ja. Ja, stimmt. Hey, die kommen, wir kommen wirklich aus dem Iran. Ja, sozusagen. Ja. Kann man sagen. Jetzt irgendwie, wenn jemand sagt Iran. Das passt. Ja, denke ich mir auch. Und man sagt schon mal, ja, fast. Until I found you wieder. Das ist so süß, dass jemand das wiederhören will. Echt? Meine Schwester mag das Lied von. Eileen mag das Lied. Ja, ich bin ja Kurdin aus der Türkei. Aber man kann sich ja denken, dass unsere Wurzeln im Iran liegen. Ich hab auch einen Test gemacht. Ja, meine Cousine hat auch so einen DNA-Test gemacht. Junge, jetzt schlaf ich richtig ein. Was sag's dir? Du wartest jetzt. Du hast schon genug Lieder. Ist so voll. Wir haben irgendwie deine Playlist gespielt. Die Stärksten und die Leute kommen alles deswegen. Genau, Neptun. Neptun, woher kommst du? Ey, Bruder, ist das das Richtige? Ja. Als ob du das nicht kennst. Das ist nicht so mein. Das ist voll das TikTok-Lied. Kennst du das gar nicht? Doch, ich kenn das, aber das ist nicht mein Lied. Ja, ich würde das jetzt auch nicht. Alikum Salam. Hello, Friends. Hello. Lauter. Ussar. Ussar. Komm aus Ankara und aus Germany.